Guten Morgen! Hallo Stefan! Wie war dein Wochenende? Schön. Ja, meins war auch recht entspannt. Einfach mal die Seele baumeln lassen und die Beine hochlegen. Ja, in Ordnung Frau Koch, Sie können mich mal zurückrufen, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Ja, meine Nummer haben Sie ja. Ja, tschüss Frau Koch. Hallo, guten Tag. Ich bräuchte einen schönen Strauß für meine Frau. Vielleicht diese? Gerbera! Ja, die kenne ich. Ja, toll. Ja, den ist es auch. Was ist denn los? Gut, den nehme ich. Danke, stimmt so. Tschüss! Tschüss. Das war ja ein netter junger Mann. Hallo! Ich bin mir da da! Hallo, Papa! Hallo, Jiga! Ich bin mir da! Ich hab noch was vergessen! Ich bin gleich wieder da!